Digimon Rumble Arena Einfach geil So Was haben wir denn da? Imperial Drummond in der Paladin Edition Im Modus Ja, wenn wir mit Wurmon und Wemon Quasi durchspielt Kriegt man quasi Imperial Drummond Im Paradigmen So 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 Wir haben Gadamon und Padamon ungefähr dasselbe Moveset. So, die haben beide so einen Move, wo du den Weg nur so anspringst. So, Padamon springt den Gegner an, wirkt ihn so in die Luft, wirbeln und Gadamon ungefähr dasselbe. Bist schon assi, oder? Was ich schon mache? Das ist ja die chemischen Brille fast. Obwohl du fast. Oh, du bist ja oben! Mensch! Witz! 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 mich schon wieder schlecht gefühlt ich bin sehr ehrlich schon wieder was ich für mich muss ich schon sorge da Was? 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 Tja, fangen wir so. Den Schaden nehmen wir. Nein, ich dödel. Ich muss eigentlich wissen, ob ich doch. Schatz. 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 Das war schon gut, Assi. Help me! Du. Du. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du nicht! Was ist das? mit dem Gegner und dem Lübber geknäht. Mit dem Lief. Ja Gatomon ist halt so stark, weil es halt ein Champion-Level ist. Das ist doch ganz spannend. Der ganzen Digimon-Tapen, also Digi-Krieger-Zeit ist halt einfach ein Champion-Level. Gut, ich glaube, ich habe mich für einen richtigen Weg entschieden. Ich würde eigentlich gerade anrennen. Ich würde einfach nicht treffen lassen, um zu digitieren. Was für ein Arsch. Ich würde einfach nicht treffen lassen, um zu digitieren. Was für ein Gatomon, der... Krass, Scheiß, was ich denn wieder digitieren kann? Ja. Ich würde einfach mal suchen. Wo geht nach hinten? Im Sprüch? Ich zeige euch mal wie geidiert er wird. Kari ist immer mit mir. Du hast gewonnen. Wem? Oh, wieder die Konkurritte. Wieder vergessen. So, da kommt doch Strahle an, mein Junge. Nein, verdammte Scheiße. Das war doch geil. Dann müssen wir andere Matagen aufziehen. Dann müssen wir andere Matagen aufziehen. Ich hab ja... Ich bin gerade in der Kombo drin. Mein Sträuch. Bäm, Baby. Das ist mein Helden, Alter. Kari ist immer mit mir. Du wirst gewinnen. So, weiter geht's. Bump. Timo Digiball. Digivolution. Nein, die Schwerden. Ich hab ja nicht so gar nicht so viel. Wund wie im Mund. Tja, selber getroffen. So, mal gucken, was wir hier zaubern können an der Stelle. Nichts? Bump, 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 bump. 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 Digivolution. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab's mal noch den Bomben geschnackt hier. Hu! Geil. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, wir sind schon beim Bonus Level. Oh, da muss ich wieder drücken. Oh, das ist ja gut. Ready? Rumble! Komm. Komm, Kato mal. Textin' Rookie! Textin' Rookie! Digivolution Textin' Rookie! Quatsch! Wollt ich gut laufen? Awww Weee! Futsch! Fuck! Wollt's doch einfach wieder digitieren, ist gelös! Okay, ich traue euch, du wolltest einfach wieder digitieren, ist gelös! Fuck, ich wollte gerade meinen Ulti ziehen, aber naja! Na ja! Leider schon vorbei! Perfekt! We win! Ready? Rumble! Digivolution Für mich! Oh, das ist gelös! Mach! Wenn du das nicht schlauigst, ist gelös! Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Wollt ihr? Zwangsdigitation. Das ist quasi der Feinde von der... Wenn der Gegner in dem Kreis steht, kommt von oben halt... ...Sachen. Boah, Mann. ...Sachen. Rumble. 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 Diggivolution. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 It goes for my hell though DIGIVOLUTION 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 CAUSE dramso DIGIVOLU DIGIVOLUgentle Mama broadly So. Ich habe es nicht mehr so gut, ich habe es nicht mehr so gut. Ich muss es nicht mehr so gut sein. Wenn ich ein Mega-Level-Digimann bin, dann hab ich das große Verankrechtsfläche. Also, ich kann mir jetzt ein Hase sein. So. So. Allerzeit ein Luder. Easy. Warum bist du auf jeden Fall nur so schnell? Muss ich verraschen? Fuck, das hing hat doch ein Ende. Fuck, das hing hat ja doch ein Ende. Das hing hat doch ein Ende. Gut. Äh, wieder was gelernt hab ich sehen. Gut. Oder noch mal, oder noch mal mit ECO. Die Hase, die Hase, die Hase! Ist nicht so schnell? Na-die Hase, die Hase, die Hase! Tönt sich die Hase, die Hase! Käse Hase! Der Haase, die Hase! Braut mich auf jeden Fall schon wo ist. Na, auf jeden Fall schon wo ist. Der ist nochrum. Das ist ein Arzt. Ich bin mit mir angekommen. Ich bin mit mir angekommen. Du hast gewonnen. はい ich war nicht mit ihm gemacht ja das ist noch kein Müsche für die Verlungen Das ist das Blatt. Was ist das? Ha 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 ha! Back down to where you belong! You lose! Continue! Fuck! Ready? Rumble! I make a lot of damage to these people. That's crazy. Now I got him on Digivol! Digivolution! I got him on Digivol! I forgot! Holy shit, man! Ha 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 ha! Back down to where you belong! You lose! Oh, that is a clean episode! Rumble! So I got him on Digivol! Digivolution! Digivolution! Ey, Alter! Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Wieder verloren. Das kannst du vergessen. Zurück, wo du gehst. Du verlierst. Die spielen nur auf normal. Na gut, Garderman ist jetzt nur das Geilste. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so olvistisch. Du schaffst. Du schaffst. Du schaffst. Reise? Runde. Du schaffst. Slicke digivolutione parede. Tut seiz HavenCompter. V notenCompter! Tut seiz HavenCompter. Das war's für heute. DIGIVOLUTION DIGIVOLUTION Oh Gott. DIGIVOLUTION 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 Das war's für heute. Ich werde jetzt noch ein Flippel warm. Das war's mal. Selbst auf easy wäre das scheiße. Egal du man. Egal du man, DIGIVOLF! DIGIVOLUTION! Es ist so gut. Ready? Run more. Now I've got him on Digivolt. Digivolution. Now I've got him on Digivolt. 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 I've got him on Digivolt. Ich bin jetzt ein bisschen die andere Schirm, mein Freund. Ich bin jetzt ein bisschen die andere Schmove. Ich bin jetzt ein bisschen die Schmove. Ich bin jetzt ein bisschen die andere 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 Schmove. Ich bin jetzt ein bisschen die Schmove. Ich bin jetzt ein bisschen die andere 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 Schmove.